Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja Leute, wie ihr seht, irgendwie wurden bei mir, keine Ahnung, ich bin in den Farbeimer gefallen. Anstelle von den Ostereiern war ich jetzt da drin gewesen. Also ich wünsche euch allen frohe Ostern und passend zu frohe Ostern wurde Häschen Hüpf als neuer Emot reingebracht. Den werden wir jetzt mal mit dem kompletten Spind vor dem Herrn sofort durchspielen. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wie gesagt, ich werde jetzt diesen ganzen Spind hier mit diesem Häschen Hüpf da durchmachen. Ist ein Fortbewegungs-Emot, bedeutet also, ihr könnt währenddem ihr lauft, hüpft ihr dann. So, jetzt werde ich mich hier ausklinken, damit die Soundqualität besser wird und werde jetzt die ganzen Skins durchgehen. Losereierer lassen sich gleich wieder auf Abonnieren und schissement sage, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also wenn das nicht passt, dann weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Hat gerade irgendwie ein bisschen ähnlichkeit mit mir die da. Hat gerade ein bisschen Ähnlichkeit mit mir die da. Und dann noch ein bisschen. und wie immer schaue ich mal ganz kurz bei welchem im mode ist eigentlich somit am besten bei welchem skin ist am besten ich fand hier mit nein und jetzt das ist fünf minuten damit durchlaufen ich verabschiede mich jetzt schon von euch wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet sich vor allem wenn es wieder ist fort mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss ja und nehmen sofort manchmal da hinten auch also macht's gut bis dann tschau so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.